Was berichten wir der Fussballgemeinde jetzt so im Blick auf die Wechselzeit? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie noch nachlegen, personell? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Ja. Sind Sie da schon nah dran? Nicht weit weg. Ja, wirklich. Ist das Gleiche? Nein. Nah ist man ein bisschen zu nah für das, wie es ist. Deshalb sage ich nicht so weit weg. Ist ein bisschen weiter weg. Ja, wir hoffen und wir glauben, dass wir da etwas bewerkstellig werden, weil wir es auch brauchen. Glauben wir. Die Offensive oder für die Defensive? Eher offensiv. Jetzt in dem Fall. Aber wir sind auch defensiv am Schauen.